Haku-Nama Tata Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wie ihr schon sehen könnt, ist es Obscure 2. Dies ist nun ein weiteres Survivor Horror Game. Ich liebe einfach dieses Genre. Dazu ist dieses Spiel ab 16 und ist 2007 herausgekommen. Und zwar von Playlogic oder Logik, wie immer das auch ausgesprochen wird. Kenne ich nicht diese Firma, aber okay. Dann, was gibt es noch darüber zu sagen? Und ich werde dieses Spiel blind spielen. Ich habe vorhin nur mal ganz kurze Testaufnahme gemacht. Ich werde es auf dem PC spielen, denn dieses Spiel ist auch für die Playstation 2 herausgekommen. Denn Vorgänger davon hatte ich auch noch nicht gespielt. Also es ist sozusagen mein erstes Obscure in Klammern. Und ja, es geht hierbei, handelt es sich um eine Horde von Teenagern, die gerade studieren an der Universität. Und an dieser Universität passieren merkwürdige, oh mein Gott. Ja, hier kommt jetzt kurz der Trailer dazu. Den schauen wir jetzt mal kurz aus. Genau, wir werden auf der Universität sein. Und mit verschiedenen Partnern also spielen. Immer zu zweit werden wir unterwegs sein. Und ich weiß auch, wenn man in diesem Modus, wenn einer von beiden in diesem Modus stirbt, wird er danach nicht mehr auftauchen. Das heißt, er ist wirklich dann für immer weg. Das ist sehr realistisch gemacht. Und ja, wie wir hier schon sehen, werden komische Dinge an dieser Universität passieren. Genau. Gut. Jetzt haben wir sogar kurz das kleine Intro dazu gesehen. Oder den Trailer. Jetzt werde ich mal kurz in die Optionen reinschauen. Ähm. Dummi, 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 dumm. Genau, ich spiele das mit Tastatur und Maus. Eigentlich habe ich einen Controller dafür, aber den erkennt er nicht irgendwie. Nee, ich weiß auch nicht warum. Gut. Ähm. Ja, dann will ich euch jetzt nicht länger nerven, sondern machen wir mal perfekt neues Spiel. Genau, das kann man auch im Teamplayer-Modus spielen. Leider habe ich niemanden, mit dem ich das spielen kann. Darum spiele ich das natürlich allein. Sie starten das Spiel im Einspieler-Modus. Durch Drücken der Enter-Taste kann ein zweiter Spieler jederzeit das Spiel betreten und die Kontrolle über ihren Teamkameraden übernehmen. Ja, ja, interessiert uns nicht. Und weiter geht's. Die nächste Cutscene startet. Es war immer ein bisschen. Oh, eine kleine Blume. So wenig Freunde? Hm, nein, Scherz. Hm, nein, Scherz. Ja, sie mussten ihre Lehrer töten. Yeah. Hm, nein, Scherz. Da ist ja gleich Halloween, Weihnachten, nee, Ostern, Geburtstag und Silvester alles zusammen. Oh, nein, Scherz. Play-Lo-Gig oder Play-Lo-Jig. Presence. Sehen wir hier die wunderschöne Universität? Wow, wir fliegen durch die Gegend. Wir sind eine kleine Blume. Oder wir fliegen der Blume hinterher. Obscure 2. Oh, nee, ich dachte jetzt Obscure 4. So höhmische Zahlen sind fuselig. Wunderschön, eine Bierflasche. Matsch. Äh, okay. Wir haben die Kontrolle über diesen Typen. Schauen. Oh Gott. Ja, ja, das hätte ich auch ganz schnell gesagt. Hetz mal nicht. Ich seh mir gerade hier unten diese Chips an. Die sind lecker, weißt du? Da unten liegen so Chips rum. Äh, mein Bett, das ist mein Lieblingsplatz. Oh, wer hätte das jetzt nicht gedacht? Mein Büro, ich liebe das Durcheinander. So bin ich eben. Oh ja, stimmt. Ich bin auch sehr chaotisch. Ist ja auch langweilig, wenn man nur Perfektionist ist. Und alles rein hat. So, okay, was gibt es hier? Hier gab es auch gerade irgendwo Schauen oder so. Oh, na egal. Ey, diese Freundin steht mir im Weg. Na egal. Was sagt er hierzu? Ich habe mir dieses Skateboard schon fast... Ich habe mir mit diesem Skateboard schon fast alle Knochen gebrochen. Ach, richtiger Erinnerungswert. Jetzt wird bloß nicht sentimental. Junge, den ich nicht kenne. Oh, da hinten ist einer gerannt. Ich will nicht sehen, dass ich es nicht sehen will. Öffne dich, du Scheiße. Du Miststück. Bathroom. Gehen wir mal kurz ins Badezimmer, um zu schauen. Was ich komisch finde, ist, dass auf dieser Universität die Badezimmer... Wieso interessierst du dich für Fußpilz, bitteschön? Du bist ja auch ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, was ich gruselig finde, ist, dass die Badezimmer... Dass die, genau, nicht abgetrennt sind. Mädchen, Junge. Wasserhahn aufdrehen. Wunderschön, obwohl, wartet mal. Komm, feier mit uns heute Abend im Raum 200. Oh, eine heiße Party steigt hier an. Wollen wir dies wirklich bewilligen? Oder mitfeiern? Wer redet hier? Dummdi-dum-di-dum. Was gibt's hier eigentlich? Oh, ich kann mit dir sprechen. Okay, er telefoniert gerade. Es ist unhöflich, Menschen anzusprechen, aber ich mach's trotzdem. Aber er möchte nicht. Ja, pech für dich, ne? Die Tür ist blockiert. Oh, das ist scheiße. Ein Automat. Es ist meine Schuld, dass er außer Betrieb ist. Wow, du bist ja mal voll der böse Bube hier. Wie geht's hier weiter? Ach, echt? Ja, okay. Ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, jemandem zu helfen. Nein, Scherz. Sagen wir es so, ich hab einfach gar keine Lust, dir zu helfen. Ganz einfach. Eine Pyramide aus verschiedenen Bierdosen. Das ist holde Kunst. Darauf kriegt er jetzt eine Eins. Derjenige, der das veranstaltet hat, verschlossen. Geronimo! Suisa Simpson. Wir sollten nicht einfach so Häuser von fremden Leuten betreten. Häuser? Das sind Zimmer, aber auch egal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dort ist niemand. Ja, worauf willst du das denn wissen? Wir sind hier schon wie in Silent Hill. Alle Türen sind irgendwie verschlossen. Wer redet hier? Hallö? Uh, Hallöchen. Hältst du mal deine Fresse? Bist du irgendwie doof oder so? Ich möchte euch zwei Toteltauben dabei stören, irgendwas anzufangen. Ich kann euch belauschen, ich stehe neben euch. Oh Gott, deine Lache ist hässlich. Inneren Schönheit bist du interessiert, willst aber mit ihr ins Bett gehen. Aha. Das ist innere Schönheit. Das nenne ich eher körperliche Schönheit, die er begiert. Naja, soll mir recht sein? Was gibt's denn hier eigentlich? Aufforderung für Studentenpaare. Bitte vergesst nicht, dass die Schalldichte der Zimmer in diesen Studentenheimen fast nicht existiert und dass es noch Personen gibt, die bis nach der Hochzeit auf dieses Vergnügen warten wollen und nicht von anderen in Versuchung geführt werden wollen. Danke. Ui. Ja, das ist doof, wenn man mit so vielen Menschen zusammenlebt. Da hört man schon jeden Furz, den sie tun. Die Tür ist blockiert, mein Arsch ist blockiert und ihr blockiert diese Tür. Geht doch endlich mal weg. Ja, ein Video ist mir viel zu schade, um euch auf Videoband aufzunehmen. Das Videoband würde sich automatisch löschen. Egal, gehen wir hier rein. Uh, wir werden schon nett begrüßt. Hallöchen, Leute. Mh, ist ja geil. Jetzt schnippt ihr die Nase weg. Everyone on campus has been making tea with this flower for a moment. All about it.